... mit allem mal eine gute Putzzeit. Ihre Schonzenträter hat Yvonne länger nicht geputzt. Eine Dose Palmas kostet rund 10 Euro und hält ein ganzes Leben lang, wenn man denn richtig dosiert. So, und wichtig beim Aufschrank ist, dass man nicht zu viel Zeug nimmt. Gibt es da eine Grundregel? Wenn Sie solche kleinen Dosen haben und dann die Leute mit solchen Würsten, ja? Ja. Das ist ja wie mit einem Esslöffel einer Zuckerdose, damit kann man nicht dosieren. Und auf so einem kleinen Schuh, das verteilen Sie nicht, das nimmt das Leder auch nicht an. Also am besten dosieren kann man, indem man bei Kalmenwachsen nur das aufnimmt, was gerade unterm Pänger schmilzt. So Schuhpflegepücher, für Unterfücher, für Feuchtpücher, um nochmal einmal drüber zu gehen. Ist es gut, dann mache ich mir das Leder kaputt. Und die sind ja wirklich eigentlich auch dafür gedacht, dass man sie auf Reisen oder wenn man kurz vor allem im Geschäftstermin ist oder so benutzen kann. Lange ist es nicht für nachhaltige Schuhpflege, ohne eigene. Früher hat man gesagt, das ist die Visitenkarte. Da guckt man als allerersten drauf. Also das Klischee lautet so, dass uns Männer nochmal nachher gesagt werden, dass die größeren Schlampe sind, was Schuhpflege einlegen. Richtig gestellt ist es aber so, dass die schwäblich schlimmeren Schuhe kriege ich einen höheren Frauen ein. Aber da guckt man ja, wenn man auf Suche ist, also auf Suche ein richtiger Partner zum Beispiel. Ich bin fein, ich gucke mir ganz ehrlich jetzt. Muss nicht auf der Suche scheinbar. Sonnenwasser einsignet, ist es höchste Zeit, Anwand zu legen. Nach den Cremen über Nachtreinbrücken, die Schuhe erst am nächsten Morgen polieren. Zwei, drei Würsten sollten es dazu schon sein. Das ist jetzt Kacke. Oh, schön. Das ist ja nun mal so, man kann ja nicht wirklich alle Schuhe wegschmeißen. Manche muss man einfach behalten. Also ich habe natürlich noch die Lauswertschuhe bei den Kindern schon klar. Ich stelle jetzt so klein. Ich, aber noch nicht. Also vielleicht noch, dass da noch jemanden nicht hilft. Die bestimmt auch auf. Und wir haben Sie, liebe Zuschauer, auf unserer Facebook-Seite gefragt. Welche Erlebnisse verbinden Sie denn mit Ihren ältesten Schuhen? Ja, Monika Höln hat uns geschrieben. Ja. Ja.